Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute zocken wir Fox. Das ist ein richtig gutes Spiel. Es gibt eine kleine Erklärung zu dem Spiel. Wir zocken nur ein bisschen und dann hört ihr noch meine Meinung zu dem Game. Fox ist ein lustiges Spiel. Es geht darum, es ist ein Hund mit zwei Köpfen und der muss eine Art Jump'n'Run schaffen. Das kann man auch zu zweit spielen, dass der eine der einen Kopf im Hund ist und der andere der anderen Kopf. Und jetzt zeige ich euch noch die Steuerung. Also das eine ist der blaue Hund, das andere ist der rote Hund. Also die haben so Halspenter in den Farben. Also wir spielen jetzt die Demo, die könnt ihr euch runterladen, die ist kostenlos. Und ja, let's go. Spiel die Demo. Uh. Ja moin, was ist das? Also ich muss den Ball wahrscheinlich... Muss ich den mit beiden greifen? Ah, so geht das. Aha, nice. Cool. Ah, okay. Also ich musste jetzt so einen Ball da wegmachen und dann durch so ein Loch quächen, okay? Ist lustig. Ähm. Der eine schläft. Und, ähm, ihr könnt auch ein Like da lassen und ein Abo da lassen. Und wenn ihr mehr mit mir zocken wollt, könnt ihr auf mein Discord-Zuber kommen. Der Link ist in der Beschreibung. Also ich konnte mir irgendwie denken, wie das geht. Let's go. Das war lustig. Das Level. Nein, falsch. Aha. So, einen Muss muss ich nehmen, okay? Gönn dir? Jetzt fall ich da rein, okay? Das ist lustig. Also. Wo bin ich denn hier? Der hat mich einfach wieder ausgekotzt. Die Perspektive gefällt mir. Was muss ich hier machen? Ah, das sind so Bouncer. Ah, hier ist so ein Knochen. Muss ich vielleicht holen. So. Spring. Ich spiele gerade nur mit dem Blauen. Komm, 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 komm. Ja. Eins von acht. Okay. Was will der? Ah, er streichelt mich. Der Ehrenmann. So, mal schauen, was ich hier machen muss. Also wie ich das schaffe. Hm. Ah. Vielleicht irgendwie hier rüber. Ah, okay. So, ich... Ah. Das ist ja cool. Und jetzt habe ich hier so ein Bouncer. Ausgebuddelt. Äh, äh, wachsen lassen. Ja, das ist cool. Aber ist auch relativ einfach. So, wo... Was muss ich hier machen? Ja, hier ist nichts. Okay. Ich suche gerade diese goldene Knochen, weil ich glaube, die sind irgendwie wichtig. Die wollen so Dinger haben. Ah, die... Kommt raus, kommt raus und esst diese Dinger. So, mal schauen, was ich hier machen muss. Ich schaue mal hier hin. Ah, ich muss einen Bouncer wachsen lassen. Easy. Nein. Warte, wie soll ich das machen? Weil die essen Linie durchgehend wieder. Hm. Ah, hier unten ist auch so ein Bouncer. Vielleicht kann ich alle hier unten hin locken irgendwie. Ah, ich habe eine Idee. Jetzt lock... Habe ich alle hier hin gelockt? Geschafft, glaube ich. Ja, weil den einen habe ich festgebackt. Nice. Let's go. Ah, da muss ich bestimmt sägen. Streck dich bitte, Bro. Das ist lustig. Oh, nice. Nein, nicht runterfallen. Nein. Ah, ich spalle einfach. Gut, das ist nicht schlimm, wenn ich runterfalle. So. Ah, hier brauche ich wieder nur Nuss. So, dann bringe ich die Nuss mal kurz so hin. Bro, gönn dir die Nuss. Nice, das ist einfach. Let's go. Ehre. Du streichst es nicht bestimmt nur, oder? Ich habe kurz gesagt, das schlägt mich. Aber was ist das bestimmt einfach nur Deko, diese Typen? Ah, okay. Äh. Ja. Popcorn willst du? War hier unten Popcorn? Ja, ich weiß, dass du Popcorn willst. Sei bitte leise. Ich rutsche jetzt erstmal mit diesem komigen Ding da hier runter. So, was muss ich hier machen? Ah, ich weiß es. Ich muss das Ding hier hinbringen. Irgendwas muss die Kugel ja zu tun haben. Nein, falsche Richtung. Bro. Gönn mal. So. Böser Stein. Aus. So. Let's go. Ich bin der Beste. Ah, gut. Jetzt lässt er mich da rein. So, der isst mich jetzt. Hat er mich jetzt einfach aufgegessen und das ist zu Ende? Ah, nee. Ich habe schon gedacht, der hätte uns getötet. Der Ehrenlose. Hi. Ah, Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Der Pizzamann will Pizza. Ich weiß, ich hätte das wahrscheinlich mit beiden machen sollen, aber war ja jetzt relativ egal. Oh. Äh, spielen die gerade Flipper mit Hunden? Leute, das ist... Der will irgendwelche Schuhebilder haben. Kann ich ihm Schuhe klauen? Nee, kann ich nicht. Weil der hat die Schuhe ja an. Oder sind das die Schuhe, die ihr wollt? Nee, der will andere haben. Ach, egal. Die spielen echt Flipper. Ich gehe mal hier rein. Also, oder geht das? Ja, moin. Das ist eine Hundeklappe. Bro. Was? Ich bin Mini. Warum bin ich Mini? Ja, gut. So muss ich das nämlich machen. Easy. Riecht jetzt ein Knochen? Ah, nee. Jetzt mit der Wach. Gut, der bringt mich jetzt weiter. Aber ich will mal gucken, was in den anderen Dingern ist. Ah, hier sind seine Schuhe, die er wollte. So, dann bringe ich ihm noch die Schuhe. Dann gehe ich noch in die Klappe. Äh. Warte, wo war'n der, der diese Schuhe wollte? Mein Knochen. Drei von acht Knochen, krass. So. Dann gehen wir mal zu dem rein. Der kann uns jetzt essen. Let's go. Schmeck, schmeck ich. Schmeck ich gut. Was will der haben? Ah. Okay, dann muss ich den bestimmt. Ah, okay. Das ist schwer. Das hier hat ja auch irgendwas zu bedeuten. Hä? Aber wie soll ich das mitnehmen? Ah, ich weiß wie. Ich lasse das jetzt da liegen. Dann gehe ich dort hoch zu diesem Schalthebel. Dingswumms. Und dann lasse ich mich strecken. So, und jetzt strecke ich. Nein, ich hab's falsch gemacht, ja. Egal. Aber so sollte das funktionieren. Und dann kann ich das mitnehmen. Okay, das ist easy. Kein Ding für den King. Äh. So. Easy. So, man muss sich konzentrieren für das Spiel. Ah, jetzt werden diese Leuchtdinger angemacht. Okay, hier ist eine Brücke. Ah, hier ist ein Knochen. Ja, moin. Ich bin krass. Ich bin der Beste. Die schade nochmal hier runter. So, let's go. So, dann gehen wir mal drüber. Das ist Schlüssel. Okay. Ah, der ist bestimmt für das Tor. Und das Tor, äh, diese Brücke, muss ich mit dem Leuchtding anmachen. Okay. Muss ich das Leuchtding, ich nehme es mal mit. Ah, hier ist die Brücke, okay. Aber hier geht's ja noch rüber. Ne, hier geht's gar nicht rüber, okay. Äh. Was ist hier drüben? Leiter. Teddy. Okay. Kannst du den essen? Okay. So, jetzt kann ich den Schlüssel holen. Hier ist eine Brille. Was bringt mir die Brille? Ah, nein, nein. Nicht runterfallen. Dann komm ich hier hoch, bitte. Ah, die Eule braucht Safety-Brille. Die Lese-Eule. Ach, gönn doch bitte. Ach, danke. Bro, Eule, willst du die Brille haben? Ja. Ich hab's gewusst, ich bin krass. Ehreneule. Und danke. Fünf von acht, okay, das geht ja. Hä? Und wo ist jetzt mein... Ach so, ich hab den Knochen direkt überwiesen bekommen auf ein Knochenkonto. Jetzt krieg ich den Schlüssel. Ah, Ball. Nein, ich bin nicht... So. Schlüssel und Ball. Balli-Ball. Ich nehme mal das Leucht-Ding mit. Die Leute wollen schlafen. Und ich komme mit einer Leuchtkugel. Ist das schlau? So. Okay. Fährt er uns jetzt weiter? Nee, der singt. Ja, moin, das ist ja übelst einfach. Nee, der ist einfach... Was für der singt? Der spielt Gitarre. Also zu Wunsch-Schlüssel-Liste hinzufügen stand jetzt da. Und das Demogame ist beendet. Also das Spiel gefällt mir relativ gut, weil es halt ein Jump'n'Run ist. Diese Aufgaben zu lösen, das spontan das Denken an, das macht mir irgendwie Spaß halt. Weil es halt einfach, weil man denken muss, logisch denken muss, um es halt einfach zu schaffen. Ja. Gefällt mir das Spiel. Also könnt ihr euch halt selbst runterladen, ist kostenlos. Links in der Beschreibung. Also hey Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.